Musik Sing ein Lied, schlussat, Hör die traurig und die einsam in der Welt. Sei ein Freund, zeig ein Herz, es wird helfen, dass das Licht der Welt erhält. Sei ein bisschen Freundlichkeit und Liebe, niemals gehen im Weg vor Hass und Doktor. Nimm ein bisschen Zeit für deinen Nächsten, sei ein Dienstherst. Sing ein kürzes Lied, wenn die Tage trübe, reiche deine Hand, wenn die Freunde müde. Liebe macht die Welt zum Platz vor Fröhlichkeit. Sein Licht, bringe Kraft, wieder Zweifel und Erfallen in der Not. Deine Hand, reiche gern, das wird Dinge, die gefallen in den Tod. Sei ein bisschen Freundlichkeit und Liebe, niemals gehen im Weg vor Hass und Dunkel. Nimm ein bisschen Zeit für deinen Nächsten, sei ein Dienstherst. Sing ein kürzes Lied, wenn die Tage trübe, reiche deine Hand, wenn die Freunde müde. Die Liebe macht die Welt zum Platz vor Fröhlichkeit. Geh dein Weg, sei den Weg, sei ein Licht für die, die brauchen einen Wort. Sag ein Wort, sag ein Wort, liebes Wort, es wird bringen sie zurück zum schmalen Weg. Zeig ein bisschen Fröhlichkeit und Liebe, niemals gehen im Weg vor Hass und Dunkel. Nimm ein bisschen Zeit für deinen Nächsten, sei ein Dienstherst. Sing ein kürzes Lied, wenn die Tage trübe, reiche deine Hand, wenn die Freunde müde. Die Liebe macht die Welt zum Platz vor Fröhlichkeit. Mein Thema von diesem Haus geht an das wichtigste Gebäude, das die Bibel hat. Als Jesus abiert war und dann, während der Salussee, sie glaubten nicht, dass die Dautos abstehen würden. Und dann können sie auf eine Schere, können sie Jesus versägen. Und sie haben eine Frau an Jesus. Und die Frau, wie ist sie da? Sie glauben nicht, dass die Dautos abstehen würden. Und dann sehen sie sich da. Sie können mit dieser Frau an Jesus sein, sie kicken mal. Wir werden mal sagen, du bist ein Mann, der hat eine Frau. Und der hat nicht hingehört mit der Frau. Und der hat nicht hingehört mit der Frau. Das gesagt, da muss der Bruder dich nehmen. Und wir werden sagen, du kommst der Zweite, der befriedigt sich mit der Frau. Und der hat nicht hingehört mit euch. Und die sind nur sieben Bräder hängen und andere. Da haben sich alle mit der Frau befriedigt. Und nicht eineinhalb Kinder gehört. Wemst für sie war das Samen, der Dautos ist vor dem Abstand. Und die dachten, die Salussee, die haben sich Jesus Christus und die Frau gestorben, die Jesus nicht beantworten können. Und dann sag ich, Jesus kicken und die sind auch reich. Weil sie kann den Scherf nicht. Die sind nicht begonnen mit dem Scherf. Und du willst ihn weggehen nicht, weil du diese Dinge bekommst. Jesus ist es wichtig, dass du ihnen auch den Scherf bekommst. Das ist der Pharisäer hier. Und Jesus, der Salussee, hat stattgemerkt. Dann kamen seine Jesus. Und dann fragten sie. Sie haben sich dort erst berät. Und sie wollen Jesus mit der Frau gestorben. Und dann fragten sie, Jesus fand erst das wichtigste Gebäude im Gesetz. Und dann hat Jesus antworten. Matthäus Kapitel 2, finde ich. Verschriebenen dadurch. Aber nicht dadurch. Dann sagt er, du siehst das. Hey, seht ihr am. Du sollst deinen Herr, deinen Gott, mit deinem ganzen Wort gut sein. Mit deiner ganzen Säule, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste Gebäude. Das zweite Gebäude ist mit dem Glück. Du sollst deinen Nächsten so gut sein aus dir selbst. Und das geht mit dem Thema von dir. Dass wir sagen, das sind die wichtigsten Gebäude. Er sagt, das zweite Gebäude ist mit dem ersten. Und das erste Gebäude sagt Jesus hier. Dass wir sagen an unseren Herren. Gott sein, leben mit alles, was wir haben. Markus Kapitel 2. Verschriebenen wir noch ein Ding. Das ist ähnlich wie die selten Geschichte, wo du sagst, das ist das. Und dies sollst du deinen Herr, deinen Gott, von ganzen Worten, mit der ganzen Säule, mit all deinen Gedanken, mit all deinen Kraft gut sein. Das ist das Wichtigste Gebäude. So hier in Markus fingen wir das. Und mit all den Kraft, was wir haben, sollst du unseren Herrn Jesus, unseren himmlischen Vater gut sein. In Paulus sagt er uns, in Kolosser Kapitel 3. Verschrieben hier, du sagst, das ist das. Denn alles, was die seien und daunen, dauten an unseren Herren Jesus hinnehmen. Der ich am Dank, Gott, an unseren Vater. So die Bibel sagt, mit alles, was wir tunen, alles, was wir tunen, sieben, der ja auf dem Weg. Abstoßen, schlafen gehen, schaufen gehen, mit alles, was wir tunen, soll wir unseren Herren verherrlichen. Wir sagen Gott loven, wir sagen Gott ihr, mit alles, was wir tunen. Jeder denkt, was wir tunen, die früh ist, mit Abforschen. Die sollen so abforschen, als wenn die würden für den Herrn Jesus Christus abforschen. Wir sagen, wir sollen so, ich sie in Handauber, ich soll so entschaffen, als wenn ich für Jesus Christus selbst entschaffen. Das sind dann, was ich kann. Jesus ist mir in Wirt und ich schaue für Jesus. So sagen sie Pfäuser. Und die früh ist gleich so. Alles, was die tunen, das sagen an den Herrn Jesus Christus hinnehmen. Das ist, was er meint, wenn er sagt, dass wir sagen Gott loven, wir sagen Gott leuven mit alles, was wir tunen. Und Paulus sagt, alles, was wir tunen. Das meint er nicht mehr alles. Alles, was wir tunen, hier findet er sowieso sein. Alles, was ich tun, soll ich unseren Herrn Jesus Christus hinnehmen. Das ist, was die Bibel sagt. Was ich in der Bibel sagt, wie Gott kann. Wenn Gott nicht wirklich kann, finden wir doch viele Menschen, kennen Gott gleich. Viele Menschen kicken Gott der Erfuhrer an. Und sie kicken Gott an. Es ist ein soer doller Gott. Und Gott mit einem großen Humor. Ich weiß nicht, wer von ihnen ist, Gott ist das angekicken. Viele Menschen, die haben so eine Angst in dem Leben, weil sie sind abgetragen, dass sie eine Wahrheit haben, wenn sie einen Fehler mehr haben, dass Gott die den Fehlern schmieden. Was sie nicht so bekommen? Ich weiß nicht, was Gott in sein ist. Das ist nicht, was Gott will. Gott will nicht, dass einer von uns verloren geht. Und er will sagen, dass wir sagen, wirklich, ganz von hoher und kern lernen. Wenn er sagt, dass wir sagen, Gott leben mit alles, was wir haben, dann meint er, dass wir sagen, Gott gehörsam sein. Wir sagen, uns ganz heilig verarmen. Wir sagen, uns bekehren. Wir sagen, Jesus Christus annehmen. Und wir sagen, uns ganz, ganz verarmen. Wenn wir lesen dann in Johannes Kapitel 15, verstehen, du sagst, Jesus ist da. Wenn ich mich nicht gebauten habe, dann werden sie von mir leben. Ich will, wenn ich mich nicht gebauten habe, so soll ich mich nicht gebauten haben. Und dort werden sie bewiesen. Wenn ich mich nicht gebauten habe, dann werden sie bewiesen, dass ich mich von hoher leben werde. Wenn wir in den Sinn leben, und wir sagen, ich glaube Gott, und ich sehe nach welchen Schminken, und Trinken, verschiedene Dinge, ich lebe nach in den Sinn, dann sehe ich einen Lehner, wenn ich sage, dass ich Gott leben darf. Das stimmt nicht. Gott sagt, wenn ich mich leben darf, dann muss ich mich verlieren. Wenn ich mich leben darf, dann muss ich die Haare geben für mich. Wenn ich mich leben darf, dann muss ich die Bekehren für mich. Wenn ich mich leben darf, dann muss ich dort tun, was ich nicht sagen darf. Ich bin von Australien, ich bin von Australien, ich sehe einen Säure extra Diamant. Ich will einen Säureschmacken Diamant kaufen, das soll ein Säure extra Diamant sein. Und ich habe dort in der Welt bekommen, dass ich einen Säure extra Diamant habe, und dann, ein Tag, dann ist er in der New York, wo sie Diamanten verkaufen, und sie haben einen Säure extra Diamant eingekriegen, und dann liebten sie diesen Mann von Australien, wollten sie einen extra Diamant. Dieses Mann, ich habe Futsch-Tickets, ich habe Futsch-Tickets, ich habe Futsch-Tickets, und ich finde es hier in New York, als der Wirt von der Sturhafel berät, da hat er alle vor, dass er einen Basta für Körper, was das ein Onkel bedeutet. Wenn das Onkel durchsperrt ist, dann geht der Basta für Körper und er am Norden, und er geht um den Diamant zu verloben. Ich sage, ich kenne mal, wo er nicht sieht, wo er blinken hat, wo konnte ich das? Aber erstens war ich, dass er konnte, er kauft ihn nicht. Er wusste nicht, was er wirklich sehen hat. Er hat rührt, er sagt, er wollte noch nicht helfen, er hat rührt, und er hat irgendetwas von der Sturhaf, er hat einen Pengeron, für die er gibt da, und er sagt, er kann die den Steuern, den wir am Morgen nach Hause holen. Und er sagt, warum nicht? Ich sehe, von Australien extra, warum nicht? Er kann trainieren, und dann hat er irgendetwas von der Sturhaf, er hat den Steuern, und er hat den ganz unterweich, er hat den ganz unterweich, und er erklärt, wo der Steuern wirklich sieht, und wie wundervoll der Steuern ist, und so weiter, wie wundervoll der Steuern ist, und das ist morgen, ich kauf den. Wenn ich gekauft habe, dann frag ich den Mann, was er gekauft hat, und ich sage, ich sage, wo wir in den Oberarmen, die die Steuern nicht verkaufen können. Hast du gleich einen guten Verkaufen? Dann sagt der Irgendwann von der Steuern, ich sage, ich komme, dass ich meinen Barsch da verkehren werde. Der Unterschied ist, dass heute die Diamanten nicht läuft. Ich habe, wenn du einen Steuern von der Diamanten willst, dann läuft es ganz von heute. Das ist das mit Gott. Wenn wir Gott von ganzen Horten laufen, dann war wir seine Gebote verfolgen. Dann wird der Nächste in der Tragkirche Gott sein. Wenn der Nächste mir nur etwas sagen, dass ich der Gott von ganzen Horten sein, ich sehe Jesus, ich lebe Jesus von ganzen Horten, ich bekomme ihn, ich lebe ihn, ich lebe ihn, ich lebe ihn, dann wird der Nächste in der Tragkirche geben. Nur das ist Jesus. Wenn wir das nicht tun, dann kann ich der beste Prediger sein. Ich kann den Jesus Christus verstauen, aber ich lebe nicht, und ich habe das nicht selbst erlebt. Von dem Tag habe ich viele Prediger, die nicht weitergeboren sind. Habt ihr das gewusst? Wir haben viele Prediger in der Anseidische Kolonie, die nicht bekehrt sind. In Prediger wurde nicht bekehrt, als der Konig werde ich Jesus Christus reich verstauen. Er hat das Leben nicht in sich. Und das Mann von der Stur hat die Dämonen. Und das, wo wir ihn heute eine Farbe haben, dessen Dämonen fertigstellen und das Mann gekauft werden. Das ist so wichtig, dass du und ich werde ich Gott von ganzen Horten leben, dass wir von ganzen Horten leben. Johannes Pötchen verscheinend, wenn ich sage, es ist das. Wer mir nicht gebaut einen Hafen hält, bewiesst du mehr, dass er mir leben wird. Wer mir lebt, der wird mein Vater auch leben. Und ich wollte mich kommen bei einem Tüßtmärten. Wir waren ans kommen bei einem Tüßtmärten, sagt Jesus der Herr. Wer mir leben wird, mit denen wollen wir ans kommen Tüßtmärten. Und wieder sagte du wieder, ähnlich tatsächlich. Wenn ich meine Gebote habe, dort wurde ich bewiesen, dass ich mich leben darf. Das ist so wichtig, dass wir klar haben, dass wir Jesus seine Gebote haben. Wir haben den himmlischen Vater seine Gebote. Ich kann mir einmal über Johannes sagen, Johannes sagt, in 1. Johannes 4, Vers 3, du sagst, es ist das. Wenn wir Gott leben, dann wollen wir ganze Menschen leben. Dann sagt er, du ist das. Wenn wir Gott leben, der seine Gebote habe, dann sagt er, wenn wir Gott Gott sind, dann haben wir seine Gebote und seine Gebote sind, nicht wahr. Dann sagt er, wieder auf das Feuer, sagt er, all die, die Gott in Futter haben, überwenden diese Welt. Uns glauben an Jesus, der diese Welt für sich hat, der auf uns auch den sich. So, wo brauche ich zum sichern in meinem Leben? Wo brauche ich den Sünden überstehen? Ich brauche den Worten glauben an Jesus Christus. Wenn ich den Worten glauben habe an Jesus, dann kann ich nicht mehr vergeben, denn ich kann nicht ab hier mit schmecken, ich kann nicht ab hier mit trinken, ich kann nicht ab hier mit der Scheibe denken. All die Dinge, wo ich die Welt ich brauche, Johannes sagt hier, mein Glauben an Jesus, wird mir sich geben, die Sünden, die Welt überwenden. Und hier sagt die Welt überwenden, das meint der Sinn. Wenn wir dann in 2. Mose, Kapitel 17, fangen wir an, dass dort Israel und seine Reisen von Ägypten nach Kanaan, sie hatten hier, sie hatten so viel zu kämpfen gegen ihre Feen, besonders mit der Amalekita. Die Amalekita, sie hatten die Israeliten immer wieder angegriffen, immer wieder hatten sie Kämpfe mit ihnen, und auf einen Fall wären sie auch auf ihre Reis. Dann kam der Amalekita und greift an die Israeliten da an, und dann sieht Mose zu Jesuah, dass Jesuah sich in Falk auslesen soll, dass wir in Israel 200.000 Menschen von Israel auslesen, 200.000 Menschen von Israel, und 10.000 von Judäen. Dann sagt sie Mose zu Jesuah, gut kämpf mit ihnen, und über dem, was du da kämpfst, waren ich, Aaron, und wir waren auf die Beine abgehauen, und ich war den Stock, den Gott mir gegeben hat, den Gott sie wollte Mose mitnehmen, den Stock, wo ich in den Hecht gehauen, und Jesuß dort und kriege. Und das ist, was sie dachten. Jesuah ging in den Krieg, Moseß, den Bruder, und Hör, sie gingen auf die Beine ab, Jesuah kämpf dort und Moseß hat den Stock dort auf dem Beine gesetzt abgehoben. Und das sage ich, solange Moseß den Stock in den Hecht gehauen hat, gewandert euch, Jesuah gewandert euch in den Krieg. Amalek, in diesem Fall, ist das Sinn, denn es ist das Sinn, was wir und die konnten vollbringen. Es ist gut, dass wir in den Krieg sind, und das war Amalek, dass wir ein von euch sind. Und Jesuah hat gewandert, was passiert, dass Moseß hin hängt, sie wartet nicht. Und wenn Moseß nicht wartet, dann hat er den Stock aufgehoben, und dann hat er den Stock aufgehoben. Und wenn Aaron und Hör das sagen, was passiert, dann hat er Moseß den Stein hängt, dass Moseß die Kondol sagt, dass Moseß die Kondol gesagt hat, dann hat jeder in die Hand, holt den Stock nachher, und Jesuah gewandert euch. Es ist gewandert, dann sagt Moseß, hier wo ich die Frau abstallt, der Herr als meine Frau, mit dem Herrn von der Kraft gewandert, was ich tun habe, dann sage ich in 1. Johannes vielverschfeier, mein Glauben an Jesus darf mir sich die Welt überwenden. Mein Woder Glauben an Jesus darf mir sich die Sünde überwenden. Wenn ich nicht in die Sünde stöhnen kann, dann bedeutet ich keine Frau nicht aufgehoben, was Jesus Christus ist. Meine Woder-Gemeinschaft mit Jesus Christus ist nicht du. Ich will nicht eine Woder-Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Ich will mich mit kämpfen, ich kann mich beten, ich kann mich lesen, ich rufe den Stock drauf, und der Sünde kann mich an, Satan packt uns an, dort sage ich in 2. Korinther Kapitel auf, dort sagt man, es ist ein Licht von Engeln, dort sagt man das, versägt die Sünde uns runterbringen, und wir fangen an den Sünde dahin. Das ist wichtig, dass wir klar haben, wie den Stock, wie der Flach, wie Jesus Christus ist, dass wir das auf uns haben. Jesus Christus ist mein Seh, mein wahrer Glauben an Jesus, er hilft mir Seh zu kämpfen. Das ist ein Seh, was du ihn gebrochen hast. Wenn wir die Geschichte lesen, 2. Mose Kapitel 7 haben, dann sagst du, du gehst, sagt Gott, Herr Moses, Gott wird über Amalek, und ich sage Gott zu Samuel, dass Samuel soll zu sagen, dass er Amalek ganz gut ausrimmen soll. Gott merkt die Kinder von Amalek, Gott merkt der Feindad, alles was du hast, das sollst du alle anbringen. Das fängt in 1. Samuel, Kapitel 15, du fängt das in der Geschichte. was passiert, dort soll geht und er fängt an zu kreieren, jen Amalek, und Gott hat gesagt, du sollst nichts überblieben. Nicht kenne, nichts soll dir überblieben. Amalek soll ausgeriebt, weil die Worte meint, die Sünde sollen in uns leben, wir sagen, nicht sünden mehr viel. Das kenne Gott, das hat die Sünde in uns nicht rüben. Das ist wichtig, dort wir ausgeriebt in uns leben, dort wir die Sünde nicht deuten. Gott wird dort wichtig, das heißt, Amalek soll mitgebracht, ganz. Was passiert? Soll ging und er fängt an zu kreieren und er hat sich, er hat gewarnt, dass Gott wir mit an. Aber, nicht der Soll hat der beste Schub, der beste Feu, der beste Kälber, was er hat, die Leute nicht anbringen, der hält er für sich. Und Gott hat gesagt, wie Gott sei er da, er steht, er sagt, er sagt, er hat Soll befehlt und er soll Amalek konzentrieren. Er sagt, er hat aber nicht. Und Samuel hat hier und Samuel hat den Nachheber gebeten, er beten Gott den Nachheber an, und den nächsten Tag, den nächsten Tag, dann ging Samuel und er soll absegen. In 1 Samuel, Kapitel 15, Vers 13, er sagt, und er hat uns in 1 Samuel begreift sein. Der Herr sagt, dass es der Herr gehört. Was ist der Soll nicht? Er sagt, ich will sie doch sehen, ich will sie doch sehen, ich will sie doch mit ihnen sein, wie er gehören wird er dann. Wie war? Gott sagt, die Sache muss auf座ieren, die zu gehen. Er soll uns aufhoeren. Ich höre aber nicht. Die Kälte bräunen, die Schubbräunen bräunen. Dann fragte sie sich das. Dann sagte sie zuerst, und sie sagten sie zuerst, und sie sagten sie zuerst, warum hast du den Schubbräunen? Du bist nur ein Gespräch. Die Kälte bräunen, die Schubbräunen bräunen. Sie sagten sie zuerst, wenn du wirst gehörst, dass du sagst, dass du wirst, dass du hast, wenn du bräunst, dass du siehst, warum hast du den Schubbräunen? Ich bin nicht gehörsam gewesen. Oh, sagst du Saul, kenne mal, diese Frau schub dir heute, ich bist du wein, willst du, wo ich bräunten, ein Abfahrbräunen für Gott? Ich will ein Abfahrbräunen für Gott. Nun will er sich zu trech reden. Und dann sagt sie zuerst, Vers 22, und Samuel seht, die vorigen den Herren der Abfahrt, so soll er gehörsam sein. Das ist nicht froh. Gott fragt hier, Samuel fragt sie sich, Leute, die Gott gefordert, weil die Sinnen für Sinnen nach der Kirche forschen, die sei es richtig, die forschen die Betten, die sei es richtig, die forschen die Bibel, die sind. Jeder Sinnen nach der ist dort. Samuel sagt sie sich dort, gefordert Gott, der Abfahrt aus gehörsam, Gott war lieber gehörsam. Gott gefordert nicht, weil wir in Sinnen leben, in seinen Ecken, jeder Sinnen nach der Kirche. Das ist nicht gefordert Gott nicht. Gott will haben, dass wir sollen am Gehörsam folgen, und mit dort sagt Jesus, wo wir bewiesen, dass wir Gott wirklich leben tun, weil wir dort waren. In dem, dass wir ans Leben wirklich grundsätzlich riemen, wir waren die Sinnen übertrieben in uns leben, und wir waren ganz hart geben für Jesus Christus. In dem bewiesen wir, dass wir Gott wirklich von heute leben tun. Und wie immer am Morgen, das wird einmal, das ist ein Schaufen, das steht, und du wirst mal in der Zeit, wo die Schattara in der Stadt so an dir wird, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, mein Bruder, ich weiß, dass er in der Zeit viel durch die Schattara versuchte, zu töten, zu schaufen, und dann wurde er dort verkämpft. Das war das auch so, und natürlich, bei einem steht ein ganzer Tag voll Schattara. Und weil man die Schattara sind sehr viele Leogasch, in der Leogasch dann auch so hoch verschärft, und so weiter, und er hat den Tag schmackfaul gemerkt, und wenn er den Tag ist schmackfaulhaft, dann sagt er tatsächlich, du wirst das vorher verkämpft, dann habe ich den Ankämpf. Wie der Schattara wie dir. Und wenn er in der Stadt in der Stadt, in der wo er wohnt, wo der Schattara verkämpft war, dann über den dann sind noch viele Leogasch ausgeschert, dann sind sehr viele Kugel, die Sachen Bugs, und wenn er in der Stadt in der Ankämpf, dann die Kugel, die Schatten hängen von, von der Drax drauf, und dann die knipsen zu dem Schmack, und das ist einfach Strom. Dann kommen viele Känger von der Stadt, die kommen rückgerand, und lesen sich die Kugelstaben. Das ist wirklich schmackfaulhaft, der kleiner zu scheinen, und sie haben wirklich die ganze Stadt, der ganze Gass hat einen grauten Schengund. Aber was passiert, dass das wie alle, so ja alle Garbetschen, die Kugel, die werden verjaffet, und viele Känger, die nur um diese Kugel, die sind Müll, verjafften und starben, dass hier ein paar Dörern wieder eine so ja graute Trüe, an dieser Stadt. Hier auf Sach, hier auf Kapitel 14, dass viele Menschen leben der Sinn so säuer, dass sie haben den Müll, sie kämen den Boden, sie haben ihre Tum, aber sie werden nicht gut spielen. Passiert das eins in dir, in mir, indem wir sagen, dass wir sagen, Gott ist Känger, und wir leben nach dem Sinn, wenn du sagen, dass ich dich gebaut hast, dass du Gott vom ganzen Horten leben wirst, mit all deinen Kraft, mit all deinen Gedanken, mit alles, was du hast, das meint, dass du wirst die Gunst für Gott hergeben, und du wirst in sich leben, in dem, dass du wirst in die Gemeinschaft, du wirst diese Flagge, die Moses abheben, diese Flagge, die Moses abheben, das wirst die Ferdigdrehung, und Jesus wird die Sicht geben, die Welt zu überwenden, Jesus wird die Sicht geben, die Sinnen zu überwenden. Das ist, was wir brauchen, das ist, wir brauchen, wir brauchen Jesus Christus, Gunst von Horten dein, und das haben wir hier gefahren, und ihr könnt haben, dass die verlorene Sinnen sind, auch genommen haben, und dass das unser Herr ist, dass das mein Seger ist, mit Jesus Christus, wo wir sicher sehen, das, was das meint, das erste Gebaut, das ist das wichtigste Gebaut, Leib deinen Herrn, mit alles, was du hast, und dann sagt er, du wieder, das zweite Gebaut, das mit dem Glück, die Sonsten, in den nächsten, so leuten, dass die Sonsten, ich sage, Jesus, das Glück, das sage ich, in 3 Mal Kapitel, Vers 12, das waren wir, wir sind von dort, abgestohlen, das meint, wir sagen, Jesus Christus, von Glauben, in Glauben, auch genommen, dann sagen wir, an die Glieder, nicht, nicht hergeben, für Sinnen, wir sagen, in sich leben, wir sagen, an die Glieder, nicht mehr wieder, luten, die Sinnen da hin, und in der zweite Gebaut, als nächstes ist die Säule, nicht denkbar, wir würden in der zweiten Angaben, wer ist mein Nächster, jeder einer von Günd, das ist mein Nächster, aber Jesus, wieder ganz besonders wichtig, dass wir uns besonders, wir sollen als nächstes leben, in uns selbst, aber ganz besonders, und ihr Kind ja Gottes, soll wir uns ganz von heute leben, als Jesus nachher beirrt wird, ganz gehen lassen, dann hat er ein Gebet, und er betet, in Johannes Kapitel 7, und du betest er, in der erste Städte, Vers 15 fragt er, du sagst er, vorhin hat er das unerkannt, dass er hier wach genommen wurde, Jesus wollte er noch ein bisschen, Klinsturz gesehen, dann wurde er hier wach genommen, und er sagte, du für ihn bete ich für ihn, ich bete nicht vor, dass du ihn hier wachnimmst, ich bete, dass du ihn beworben wach, klag für diesen Sinn, klag für die Welt, dass du ihn beworben, willst er gut hier wach, aber sie werden hier blieben, und sie sollen meine Säule sein, sie sollen nicht auf den Geld hinweg bringen, und dann sagst du zu Vers 20, und ich freue mich nicht bloß für dich, ich freue mich für dich, dass er hier wach und mir glauben wollen, das sagen du und ich. Ich weiß nicht, dass du dich noch mal andenken hast, durch 2000 Jahre 3, dann bete Jesus, abgene ich es für dich, für dich persönlich, und Jesus hingebehrt wird, dass du wach, sagst du, ich bete auch für dich, der wird noch mal der hier wach, das meint von der Apostel, der wird uns die Bibel hier loben haben, für all die, die wir noch mal glauben wollen, wenn die glauben, das ist von der Bibel, dann hat Jesus für die persönlich Gebet, und was von Gebet wird das? Jesus wird das sehr wichtig, dass wir uns in einer ganz von heute leben, dass wir uns einzeln, wenn wir das wieder lesen, dann sagst du, was das Gebet fertig wird, Vers 21 sagt es, sie sollen alle einzeln, so ist die Vorderung, in mir und ich in dir, dort soll ich auch in uns einzeln, so dass die Welt auch gelaufen, dass du mir geschehen hast, so hier sagst du, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir Jesus auch in einem Herrn als persönlicher Herr in der Heiland, dann sollen wir uns in einer anderen leben, und wir sollen so verbunden sein, als der himmlische Forderung an Jesus Christus selbst werden. Mit so einem Leben, wenn wir lesen dann Johannes Kapitel 4, gehen, Johannes 3, versprochen dadurch, und fiebend dadurch, du hätt Jesus in der Kirche gebaut geben. Er sagt, die sind die Jünger, wo du dann will, und sagt, ich gehönte nicht gebaut. Ich gehönte Leute, und in einem anderen Saal, so groß sein, dass meine Leute gehönte. Die sagen, ich gehönte Leute, dass ich gehönte Leute haben. Haben wir uns dann da oben? Aber da haben wir uns gesagt, oh, du fachst nicht, Leute, ich fahne eine Konferenz an, ich sehe ihn auch nie, ich seh in dir, meine Gottes, ziemlich sicher sich betest du. Lass Jesus Christus mir ganz geräuch. Keine Körg, was mir geräucht mehr. Und wenn ich in Jesus Christus sehe, dann sagt Jesus, mein Gebet ist, dass er sich von ganz von heute leben. Mit dein Leben. Und sie sagen, so ein sein, dass ich in der Führung ein sein. Und wenn wir lesen dann, Frechhafen sind manchmal kämpfen. Wenn wir sagen dann dem Bischbeil, Jesus sagt, ich habe eine Führung, das ist ein Eind, dann Frechhafen sind zwei. Im Bischbeil ist Jesus, ich sehe, ich gehe in den Führung, in den Hüsträutmärkten, ich glaube Gott und ich glaube mir, ich gehe in den Städäutmärkten im Himmel, ich gehe in den Städäutmärkten im Himmel, ich gehe in den Kumpel, dann fragt Thomas, er sagt, ich wollte nach dem Wach. Und Thomas fragt, wann ist der Wach? Sag uns den Wach. Dann sagt Jesus Christus, ich sehe die Wach, ich sehe die Wahrheit, nicht leben. Keiner kennt den Führung, Böder, der ich mich. Eindlich der ich Jesus Christus, komme ich in den Führung. Dann sagt Philipp, es hängt er an, dann wies an es nach den Führung, dann sagt er, bitte fred. Dann sagt Jesus, solange ich, ob man künkt gewachsen, die kann es mir noch nicht. Dann fragt man es vielleicht. Wann Jesus ist, dort sagt, solange ich, ob man künkt gewachsen, die kann es mir noch nicht. Sagen sie euch zwei, was ihr dort meint einfach, woran meint er, wie sagen sie, es ist die Top-Gübungen, wie sagt, ohne Szenen, wie sagen uns, läuft uns von Horten. Wenn wir lesen, dann in 1. Mose, Kapitel 2, Verschweilen 20, der sagt, der Mann, der war zu den Führer, der Mutter verloren, und er war mit seiner Frühe einfallen. Dort meint er ja nicht, dass meine Frühe hier besitzen wir, meine Frühe sind wir auf den Bänken, auf die Stäule. Aber wir sagen, in Jesus, soll diese Städte sein. Und dort wird Jesus, er sagt, wer war eigentlich die Kinder, der redet nicht für mich, der redet die Führer an mich. Er hat, wir sind Führer gehorsam. So sollen wir in Ägypten sein. Wir sollen uns ganz von Horten laufen einer für den Anderen. Ich glaube, wir haben uns zu öffnen an das. Und das meint aber auch, dass wir sollen mitliegen, mit dem, was wir lieben. Und wir lesen in 3. Kapitel 12, Verschweilen, du sagst, du sagst, wir sollen uns freien, mit dem, was ich freien tun, und wir sollen hier und, mit dem, was ich hier und tun. Schau nicht, wenn du von der anderen Körg bist, wenn du in Christ bist, und du hast eine Freie an dich, du hast gleichgehört, aber du immer hast, ich soll mich mit dir mitfreien. Ich will für dich beten. Die kostet mich für dich, und ich will für dich anstehen. Und wenn du über eine schwierige Teile bist, dann sollst du den Vertrauen haben, dass du mit mir das mit tun hast. Ich will für dich beten. Ich will mit dir mitheilen. Das, was ich meine, das, was Jesus ihnen verlangt, sie sagen, so ist die Führer, und mir, und ich, und dir, so sagen sie, so sind sie. In 1. Korinther Kapitel 2, versatst du hin, sassend, wenn ich gesagt habe, wenn ein Glied, dann lügen wir alle mit. Doe? Haben Sie es da oben? Das ist Jesus ihnen verlangt. Jesus will, dass es total wie Kind der Gottes sein. Wir sollen verboten sein. Wir sollen einer für den anderen ernst tun. Wir sollen du sein für den nächsten. Nein, ich will. Was ist dir für die Nubi? Konnie, die Nubi, die mitteilen, du hast eine schwere Tiete, die kommt, und du sagst, ich will hier mit dir zu beten. Wir haben eine Stolzaten, wir haben über die Dinge, und wir haben über das Ding, und wir haben über das Ding beten. Sesterin, hei, das ist ein Vertrauen, eine Sester für die andere. Die kennt jemand, wo ihr Vertrauen habt, röpt die ab und sagt, kiek, ich will hier mit einer schwere Tiete. Und der Sester sagt, ich will hier mit dir anstoßen. Wenn ich ein Bruder schickt mir ein WhatsApp, dann sagt er, ich will eine toffe Tiete euch. Dann sagt er, ich will mit Tieten für dich beten. Ich ging für ihn beten, und dann lasse ich ihm beten. Ich bete nicht für dich. Sondern, ich sage ihm, ich habe mich in die Kirche, und dann sagt er, weißt du, das wird mich so unterscheiden, was ich denn mit Sachen für die Kirche, dass du nichts für mich beten sollst. Wenn du manchmal gefragt hast, was du für mich beten sollst, dann sage ich, wie viel geht denn das? Stimmt das? Wir sollen uns Tiet nehmen, kurz für den Nächsten. Wenn es die nächste Person, die wir anrufen, der dessen schwierig hätten, der hätte eine toffe Tiete euch. Weil wir uns Tiet nehmen, und ein Glied lieben wird, dann lieben wir mit. Das ist Jesus im Wunsch hier. Das ist Jesus im Gebet. 2000 Jahre 3. Lege Jesus auf den Knall, und er betet das. Wir sollen eins sein, und wir sollen einer für den anderen ernst tun. Wir sollen topgebogen sein, als Kino Gottes. treten und von denen auch nie was, in einem Kilometer. Wenn du bekehrt warst, wenn du nicht bekehrt warst, dann warst du noch gleich in der Gemeinde Gottes. Wenn du Jesus auch genommen hast, aus dein persönlicher Herr und Herland, dann warst du in der Gemeinde, wo du begottet haben willst. Und dann soll wie einer für den anderen du sein. Wieder sage ich, du siehst du. Ich werde den Vers 1, wenn ich nach Hause mal lesen, sie sollen alle eins sein, so ist die Vora, in mir und ich und die, dass sie auch eins sein, dass die Welt dort am Erkannt hat, dass du mich geschickt hast. Weißt du, wenn wir diese Leute haben, und wenn unsere Nöbers nicht bekehrt sind, dann werden sie dort erkannt, dass ich gehe der Christus. Wenn ich diese Leute in mir haben, dann wird der Nächste sein, der Welt, das redet mich nicht von einem Himmel hier. Das redet von diesem Menschen, was nicht bekehrt sind. Das redet auch von einem Himmel, was nicht bekehrt sind. Die Welt, das sind die Menschen, die Jesus nicht erkannt haben. Die Welt soll erkannt, dass wir in Jesus sind, in dem, dass wir wirklich Leid für die Nächste Person haben. Das geht jetzt im Gebet hier. Vers 3, wenn ich sage, dass es steht, ich in den Armen, du und mich, dass sie ganz eins sind, dass die Welt dort am Seinen kann, dass du mich geschickt hast, dass du am Seil gut bist, dass du mich gut bist. Das geht jetzt, dass ich mich ganz besonders stehe. Hier sagt er, dass die Welt soll erkannt, und wir sollen das selbstpersönliche das Kindergottes erkannt, dass der himmlische Futter, der erst ernst kriegt der Gott, dass er seinen eigenen Seinen wird. Jesus sagt, dass der König Gottes, wir sollen das persönlich erkannt, dass der Leid wird der himmlische Futter für Jürgen Wolf haben. Dass der Seilige Leid wird Gott für Jesus haben. Heute mal gedacht, dass Gott dir persönlich, jeder einer, was hier bei Bänken sind, dass nicht einer ausgeladen, dass die Jünger, die die Ferien sind, frühes, Männer, wer die immer was, ist die die Heilige Futter nicht für Gott. Gott läuft die, so soll er sein Seinen. Wenn wir das nicht erkannt haben, wenn wir das nicht erkannt haben, dass wir so ein Leid in den Futter haben, so ein Leid in den Gott, der läuft mit Kraft, dass er sein Seinen. Dann habe ich das nicht erkannt. Wenn ich das nicht erkannt habe, so läuft es vor mir, dann werde ich das nicht erkannt haben. Dann werde ich das nicht erkannt haben. Ich werde mich von heute bekehren, ich werde Jesus annehmen, und ich werde verarmt sein. Weil es in den Leid ist für mich das nicht erkannt, dass wir den eigenen Seinen sehen. Das, was Jesus hier sagen hat, dass wir ihn gebären, dass wir das begreifen sollen, dass der himmlische Futter wie er uns das nicht erkannt hat, dass er seinen eigenen Seinen sehen wird. Verschwein, wenn ich sage, es ist das. Före, ich will, dass du, du mich gejagt hast, auch du sein, wo ich sie, dass du meine Herrlichkeit seien, du mich gejagt hast. Du wirst mich gut, und du wirst ergrundhört. Ich reichte, Före, der Welt hat mich nicht erkannt, aber ich kann die, in dieser Weise, dass du mich gecheckt hast. Ich habe mit deinem Bekontumärken, und wurde wieder da. Dass du leif, mit du, du mich gut wirst, in der Arm muss sein, und ich in der Arm. Das, was Jesus, das, was Jesus wichtig wird. Jesus, in der Geburt wird, dass er ein Tag kann, dass er den Hort nicht erkannt hat. Jesus betet es dort. Das, wie er in der Geburt vorhat, sagt er, er hat sich gecheckt, dass er sich ein Tag bekämpft, dass er nicht in der Hort wohnt. Weil er sich mit der Herrlichkeit bekommen hat. Und er sagt, Johannes, dass er sich bekämpft hat, sagt Johannes, in 1. Johannes Kapitel 3, sagt er, das ist das. Soll ich mir, was von den Leuten die vorhanden bewiesen haben, dass die Gottes Kinder genannt wurden, und wir sind das wirklich. Er sagt wieder, wir wollten nicht, was wir wollen sein, was wir überweiten, dass wir wollen am Sohne sein, und wir wollen so sein, und so sein, und so sein. Jeder eine, wer sich Allah verheiratet hat, der kann mit das rechnen, dass du wirst die Herrlichkeit von Jesus Christus ein Tag sein, dass sie ihn verlangen, dass wir sie in Gebär hier, dass die ein Tag wirst, ewig beahmt sind, und dann sagt die Bibel, dann war wir so sein, es heuer ist, wir wollten nicht, wo er wird sein, aber Jesus bett, 2000 Jahre 3, dass wir sie ihn verlangen, er will in die wohnen, und er will haben, dass sie es ewig beahmt sind. Wir haben eine Frau an die, lässt die Gott von ganzen Horten, das hat die Ratsche gebaut, und das hat die Ratsche gebaut, das hat die Bauten, in denen, dass du hast, Jesus, eugenommen, als dein Herr, in den Heiland, in denen, dass du das verarmt leben, du hast nicht, du hast den Sinn in deinem Leben aufgestohlen, das meint die nicht, dass wir ein Volk sind, das meint das nicht, dass Menschen waren wie immer, waren viele im Jahr, in der Bibel sagt sie, wenn jemand doch sind, dann habe ich einen Vorspräch, der für uns entsteht, und dann sagt die Bibel, wenn wir uns sind, bekamen, und wir sind in der Tür, und wir sind und wir sind und wir sind und wir sind von alle eingereicht, denn heute ist eine Frau, noch mal, lebst du für Jesus, lebst du den Nächsten, dass Jesus gebeten wird, sagt in Kolosser Kapitel 3, dass wir sagen, so vergeben, Kolosser 3 drittieren, sagt man, so ist Jesus uns vergeben, so sei wir vergeben, das ist, dass die Bibel, was Jesus dann hat, mit den Leuten, was er uns gelaufen hat, so wie wir leben, was meint das, so sei auf Gott die Welt gelaufen, dass er sich in einzelnen sehen, schenken hat, so dass jeder einer, wie ein Arm gelaufen, nicht verloren geht, sondern dass er ein Leben hat, hat uns in Jesus Christus uns vergeben, die Bibel sagt das dort, wenn er sagt, wir sollen unseren Nächsten so vergeben, als Jesus uns persönlich vergeben hat, in 3. Kapitel 8 verschworen dadurch, sagt er, wer wird verdammt, Jesus Christus ist hier, der gesternet von dort abgestoßen, und er ist nur berechtet, und er hat den voran bett für uns, Jesus, der ernst tun für dich, Satan hat geklacht dich, Jesus bett du für dich, und er rechtet den himmlischen voran, er bett für diesen Jahr 3, und er will so gehen haben, dass du persönlich, ein Tag wirst, am von ganz in Horten leben, und dass du den nächsten wirst leben, das ist dir selbst, und dann ist ein Wunsch hier, dass wir als Christen würden ganz verbogen sein, und wenn er heute 2000 Jahr 3 beten, dass wir als Christen verbogen sein, wir sollen eins in den Arm, dann bete ich wenn er nach Krebs ist dort, ist ein Wunsch erst, dass wir ganz verbogen sein als Kinder Gottes, dass wir uns ganz von Horten leben tun, das ist Jesus' Wunsch, und das ist Jesus' im Gebet. Nachmur, Jesus läuft die, der himmlische Fuhrer läuft die, Krebs soll er sein eigener Sehen. Läuft die am O'Koll? Wenn die sah in das Jahr und die war so bei Am geht, dann wirst du in Lena. Wenn die sah in das Jahr und die lebt nicht und sehe ich, dann wirst du in Lena. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt es dort. Die Bibel sagt, mein Glauben an Jesus darf mich sich sinnend überwenden. Hast du diesen Worten Glauben an Jesus? Hast du dein Leben Glauben Glauben von Jesus gegeben? Er sagt die Nacht du hättest dein in der Kirche. Dann war wieder Schong gut. Keine Kirche wird ein Mensch raten. Keine Predia. Ich kriege das so weit nach meinem Sahabe und jemand mir früch. Was Predia stehen können vergeben. Willst eine Kirche wie Jesus ist sollen kommen die sind bin alt und bekannt. No. Keine Predia kann einen Sinn vergeben. Allein Jesus Christus büte Jesus sagt Petrus eine passende Geschichte vorher verscht vor. Büte Jesus hat keine Vergebung nicht für einen Sinn. Und wenn du in deinem Leben nicht Jesus hier fand dann kann ich meinen Sinn den ältersten bekannt haben. Ich war dann nach der Schong und vielleicht denkst du du hast deine Sinden in Predia gebraucht. Du fährst nach die Keuk du wachst schon gut. Die Bibel sagt es dort. Beter Jesus hast du keine Erahrung nicht. Beter Jesus Christus hast keine Vergebung. In Jesus läuft die Kunst von Horten. Kannst Jesus nicht? Ich kann die von dir auch. Er kann dort dass du verlorener Sender warst. Er kann dass du jesinnig hast wegen Dien Sender Jesus und Jesus sei bitte Dien Horten ankommen. Was ich will raten? Jesus hat Sender ich sagt von 3 4 9 10 Ich war stunden klappen. Und wenn jemand wird dir auf mir dann war ich bei ihm ankommen. Wenn dein Horten nicht klappen wird, dann ist wegen Jesus klopp er an. Und er will in dein Horten ankommen. wie hast du die 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 optimiert an? Er wirst die Frau und sagst ich so dankbar weil ich diese Errung in Jesus soll beleven. Ich hatte den 10 Juni 2013 zu rettieren. Ich hatte stunden alles klar. Ich knall in mein Hahn und er er kann dass ich ganz verloren wird. Dass meine Worte ich immer wollte und dass ich mich über den Schaum bringen. Ich sagte Jesus bitte ich mein Leben ankommen. Ich habe von dem Tag nie mehr bei getrun. Von dem Tag hat jeder Tag war nicht bei an Copa. wenn du wieder hat das nimm mein du nicht willst Jesus der hilft mir den sich Jesus der hilft mir diese klar hat das kann los lohnt und der hilft mir den Kraft zu sehen. Moses seht ich stahl du eine Frau ab und sagt der Herr ist meine Frau. Wenn ich diese Frau war der kann da war Segen und das wird du Jesus Christus das was du brauchst wenn du nicht wirst du schon gehen Jesus Christus bruchst die und wenn du dort nicht wirst dann sagt die Bibel du wirst schon gehen Gott will nicht dass einer von hier verloren geht Gott will nicht dass einer in der Welt verloren geht Gott will Jesus an ihm was den persönlichen herren die aus dem stock haben Jesus hat mit arm aus der Segen mit arm aus der Leben geht das was Gott von die will wer die immer ist das was Gott von die will jungen kann die Jesus heye Jesus auch die sind her wenn die nicht haben das wenn es hier kann die sind dann brug die dort wenn dort ich dann will die verloren gehen mana mir alles um das früh ist sehr je bekommt mir das kann die das weiß was das erste die 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 hat weiß die das wenn wir das haben dann wird das das war nicht schwar sein bis jesus wat me des graf him me next until even die Amen. Con el alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeadas, y de tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, me llevará al salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas, del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa, no hecha de manos, voy a prepararnos, a la santación. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol.